Und ging hin eine Weg, fiel wieder auf sein Angesicht und betete und sprach, Mein Vater, ist's wirklich, so gehe dieser Kelch von mir, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Der Heiland fällt vor seinem Vater nieder, dadurch erhebt er mich und alle von unseren Falten, Hinau zu Gottes Gnade wieder, er ist bereit, den Kelch des Todes Binderkeit zu trinken, In welchen Sünden diese Welt gegossen sind und hässlich stinken, weil es dem lieben Gott gefällt. Musik 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 Vielen Dank.